Der Stahlbau von SSI Schäfer ist das Fundament des neuen automatischen Kleinteillagers im neuen Logistikzentrum in Gelsenkirchen und essentiell für den weiteren Projektverlauf. Im neuen Logistikzentrum der Bierstein Group in Gelsenkirchen verantworten wir den Inhouse-Stahlbau für das automatische Kleinteillager und die manuell operierten Regalanlagen. Einen ersten wichtigen Meilenstein haben wir erreicht. Die Montagearbeiten in der 15-gassigen AKL-Anlage sind abgeschlossen und bereits Anfang Dezember konnten Teilbereiche für die Inbetriebnahme übergeben werden. Damit die Nachfolgegewerke, wie zum Beispiel die Fördertechnik, planmäßig ihre Arbeit aufnehmen konnten, haben wir bereits in der Vertriebs- und auch in der Planungsphase durch enge Abstimmungen mit den Kunden und den Gewerken eine Terminplanung aufgestellt, die eine Just-in-Time- Installation ermöglicht hat. Ausschlaggebend für unsere hohe Termintreue war und ist es, dass wir als Hersteller maßgeblichen Einfluss auf fast die komplette Lieferkette nehmen können. Als Hersteller haben wir natürlich unsere eigene Produktion. Neben der Produktion haben wir unser Engineering, unsere Produktabwicklung und sogar unsere Qualitätssicherung bei uns im Haus. Bis Mitte 2021 werden wir neben der Kleinteillagerung auch eine Verschieberegalanlage, ein Breitganglager sowie ein Paletten-Durchlaufregallager und weitere Bühnenanlagen installiert haben. Im neuen Logistikzentrum der Bühlschenküft in Gelsenkirchen.